Ich bin ein Politiker. Und ich bin eine Bewegerin. Wie, du bist eine Bewegerin? So nennen wir uns bei Demokratie in Bewegung. Wir bringen uns in die Parteiarbeit ein und bewegen die Politik. Auf demokratische Weise. Wir sind auch demokratisch. Schon lange. Und es ist ganz einfach, sich bei uns einzubringen. Ich musste nur einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Als ich das Überweisungsformular ausgefüllt und bei unserer Kreissparkasse abgegeben habe, bekam ich unser Parteibuch. Schon nach drei Wochen habe ich den Stammtisch gefunden. Und nach fünf Wochen habe ich entdeckt, dass beim Hoffest des Ortsverbands jemand zum Würstchenwenden gesucht wird. Ich habe mich beworben, konnte mich beim zweiten Hoffest gegen 23 Mitglieder durchsetzen. Und jetzt bin ich mit dem Ortsvorsitzenden Perdu und er erzählt mir, was unser Kreisabgeordneter in der Bundestagscafeterie also alles mitbekommt. Ich habe gerade meine erste Initiative erfolgreich eingebracht. Jetzt ist sie im Wahlprogramm. Dann sind Sie aber schon lange Mitglied gewesen, oder? Mitglied.